Sehen wir bald den nächsten Deutschen in der NBA? Joshua Obiesse ist seit Jahren eins der größten Talente, das wir in Deutschland haben. Letztes Jahr sienten ihn sogar die Houston Rockets. Fürs NBA-Team hat's nach dem Training Camp noch nicht gereicht, dafür ballt Obiesse gerade für Houstons G-League-Team. Letztens mit 22 Punkten, 4 Rebounds, Assists und Steals hatte er sein bestes Game. 2019 spielte er noch beim Nike Hoop Summit gegen die größten Highschool-Talente, meldete sich beim NBA-Draft an, wo ihn aber kein Team wählte. Joshua's Stats sind bisher nicht allzu krass, aber er ist immer noch erst 23 Jahre alt. Und besonders die G-League gilt als gutes Sprungbrett in die NBA.